Willkommen Leute hier bei Minecraft, der es heute mal ganz anders ausschaut als sonst immer Ja, wir zocken jetzt mal auf Version 1, 7, 2 und was hier mal neu ist, sieht man jetzt gleich bei Optionen Super Select Secret Settings das ist neu und das hat mich ja echt geil das habe ich erst vor kurzem entdeckt den Knopf dort, der das neu ist und da hat sich der Hersteller von Minecraft was neu ist einfallen lassen äh ja okay, nicht alles ist geil, aber der Großteil für den Effekten Oh, schaut gut aus ich will das nicht hoch nicht ich will das nicht das nächste Mal wenn man den Effekt ändert kommt hier jetzt mal ein anderer Ton und 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 wird die und k ja das kennt was die die Textur Peck von Ernst und Typen wo auch Kammerleis ausschaut mit so einem Effekt Abo Prozent wo das von Minecraft persönlich angebotgeber aber so zocken würde ich nicht so effekten extrem extrem so will ich gar nicht zocken so wird es auch gehen so könnte man noch zocken es gibt einen 3D-Effekt ob das schwarz gleich von dem Baum abfällt so und das war es nochmal für das Video war ein recht kurzes, aber nur mal zum Veranschauen von der Version 1.7.2 ja dann sag ich mal ciao Leute